Ich weiß nicht, ob es eine Schwalbe war. Harit war mit dem linken Fuß dann auf der Ferse des anderen. Ob man dann so fällt, weiß ich nicht. Ich will nicht gespoilert werden. Oh mein Gott. Weißt du, was schade ist, wenn man abgestiegen ist und doch nicht spielt? Freut sie nicht mehr richtig. Was war das denn? Da ist keiner am hinteren Pfosten. Warum steht da keiner am hinteren Pfosten? Mustafi, oder? Lass uns den Mustafi schuldig sprechen. Dicker, sauber. Ich ärgere mich nicht. Ich kann mich nicht ärgern. Es ist dafür nicht... Ich will nur fort... Naja. Wer war das? Ey! Sehr schön. Das freut mich doch für dich. Einer der Jungen. Mal gucken mal da. Zum Trainer, zum Asamoah. So ist das. Und der Asamoah freut sich. Das macht mich froh, sowas. Ich liebe das, wenn die Leute dann zur Bank rennen und man sieht, dass die sich freuen. Ach, ist das schön. So was finde ich. Hat Hoppe den zu ihm gespielt? Hunter mit einem Hackentrick? Sind wir jetzt auf einmal Brasilianer alle? Ey, Hammer! Schlecht. Flick. Tor. W-Wat? Hoppe? Nicht... Nee, ne? Fuck ja! Was ist denn da los? Alter, ist das geil! Dann ist das geil! Die Jungen machen's! Boah, ist das schön! Freut euch alle zusammen! Schön, 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 schön! Mein Gott, ey! Sehr geil! Vollüberzahl. Fünf gegen drei. Kein Abseits. Geht rüber und reinzimmern! Und Hoppe hat das Auge für den... Super! Super! Mann, ey! Okay! Okay! Schön! Wunderschön! Mein Gott! Und was passiert? Nee, nee, nee. Nee, 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 nee! Mann! Ja! Was ist denn da los? Was? Mensch! Jungs! Mensch, seid ihr gut! Ah, ich hab Gänsepelle! Schalke, ich liebe dir! Na, dat würd ich aber auch mal sagen, Tom Lindbergh, wa? Schöne Grüße erst mal rüber! Ja! Die Abwehr... Alter! Naja. Also die Abwehr hat ein Problem. Ne, wenn es dann klein auf klein geht. Pfeif! Ja! 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 Uhuhuhuhuhu! Ein Runde! Ja! Meine Fresse, wie schön! Meine Güte, wer hätte das gedacht? Gegen Frankfurt! Oh, ist dat geil! Wo ist Assa? Ja, sie wird langsam zur Frau. Tja! Den Rest kannst du in der Pfeif rauchen.